lol aufnahme gestartet die ja weggeschmissen läuft bei mir hä ich hab doch sticks wo sind denn die hin erstmal wieder die sieve auffüllen also echt melvin machst du das klaren arbeit nee sicher tarox hat mir nichts gesagt dass ich die auffüllen soll insgeheim denkt er sich das aber wenn ich nichts sage dann kommt der verlehrer hast du gerade die rolle übrig zwei stück ja krieg ich immer bitte äh tarox was hast du bei co2 gemacht ich hab noch springs die haben auch keine die habe ich schon gesnackt ist nicht dein ernst ich war in der letzten aufnahme schon dritte habt ihr wolle und strings gesnackt also ich hab schon einen kompletten schlafanzug fertig und die die quest muss ich noch abgeben wer ist denn da jetzt wieder dran mit fragen äh sissi 1 2 3 such du aus nee ich hab letztes letzte quest schon ausgesucht mitte 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 Stell dich drauf. Links, äh, rechts, Mitte, links. Mitte. Was hattet ihr da ausgemutzt? Passen. Wollen wir wissen. Ähm, äh, rechts. Ich jetzt fang Marble. Tausche Tyrox gegen 10 Spawnpals. Hm. Kann man da was machen? Warum? Dann haben wir das bei den Nachteil. Wir müssen noch einen versorgen. Ja, und? Daraus kann man Kacke machen. Hier. Hast du schon mal einen Schlafanzug oberteilt? Hm? Den Rest, der Rest kommt dann noch. Laufe der Planetenumrundungen. Bis September. So, jetzt müssen wir halt diese Muschidings Rocket daherstellen. Ich hol mir jetzt erstmal einen Schlafanzug. Hast du keinen? So, du kannst meinen haben. Äh. Du kannst meinen haben. Okay. Was seid denn ihr für eine Gemeinschaft? Ihr schlaft abwechselnd in einem Schlafanzug? Genau. Dann behalte ich doch lieber die 10 Spawnpals. Man muss aber daran denken, dass wir auf dem Mond noch keine Waschmaschine haben. Äh. Ach, das passiert schon. Improvisieren. Was hieß das? Ja. Mike? Ja? Ich möchte mein neues Haus dir zeigen. Ja. Ein wildes Melvin. Autsch. Mobbing. Nein. Aua. Nicht unter der Gemeinschaft. Mobbing. Das reicht jetzt. Der spielt mit mir. Volli. Hilfe. Hilfe. Stirb. Ich stirbe. Echt? Nein. Nein. Jo. Es ist 20. Nein, nein. So. Nee. Oh, teils. Oh, du bist noch ein... Nee, ich hab nur ein halbes Herz verloren. Hilfe. 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 Das stimmt, das muss sein. Hilfe. Weil ich hab ne Dierachs in der Hand, wirst du? Hilfe. Hilfe. Aber bring doch lieber mal Melvin um. Der braucht das. Nein. Der braucht ein bisschen Action für seine Folgen. Nein. 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 Hilfe. Tyrox, das reicht. Ich komm nicht mal dazu, mein Essen zu regenerieren. Aber jetzt mal ernsthaft hier. Melvin braucht ein bisschen Action für seine Folgen. Ja, bitte. Also, den soll ich umbringen. Nee, also... Den hätt ich nen Titelnamen, ja. Wir gehen ihn jetzt einfach mal jagen. Achso. Bis er tot ist. Okay. Nee. Nein, nein. Sackgaste. Verlucks. Nein. 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 Lass mich in Ruhe. Hey. Nein. Autsch. Ja, genau. Da hinten kommst du nicht weg. Genau. Stell dich zu dem Kaktus. Aua. Hier. Geh zu CO2. Ja. Ja, nicht anders. Aua. Drei einmal, Berzen. Nein, Max, warte, 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 komm rein. Was haben die denn hier? Die haben ne halbe Fabrik. Nein, nein, nein. Scheiße. Scheiße. Ich wollte das Essen. Scheiße. Ich weiss, was noch schön ist. Hilfe. Ich bleib aber hier unten und dann kann mir nichts mehr passieren. Warte, Tymox, ich trag dich kurz ein. Das ist jetzt nicht euer Ernst, nein. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Lass mich aus. Versuch mal. Oh, dann. Scheiße. Nein. Ich bin wirklich so. Wenn du jetzt nicht stehen bleibst. Nein. Nein. Oh. Oh. Was ist das? Meine Seele. Deine Seele, ja. Gib mir. Gib mir mein Stoff, bitte. Könnt ihr aufhören, meine Seele zu jagen. Die ist hässlich. Nein. Wie bitte? Das will ich jetzt ganz verreizt haben. Die ist hellblau und nicht blau. Oh Gott. Die muss auch nicht blau sein. Doch. Nee. Ein schlechtes Vorbild für die Kultur. Hey. Glaub. Nein. Oh Gott. Ich hab Pipi in die Augen. Oh. Ich hab Krämpfe. Ich wurde nicht getötet. Jetzt sind alle froh. Sind alle glücklich. Äh. Nee. Aber warte noch. Du bist von mir getötet worden. Nicht von Tyrox. Äh. Tyrox. Weite deines Amtes. Nee. Aufeu. 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 Warte mal. Seele. Seele. Wo bist du? Kannst du aufhören? Nee. Das ist... Nein. Äh. Tyrox, kannst du bitte? Ja, ich geh schon wieder. Das ist hier. Ich werd hier gemobbt. Natürlich wirst du gemobbt. Oh Gott. Der neue muss gemobbt werden. Aufeu. Alter, ich bin müde. Woran liegt das? Keine Ahnung. Warum? Ich hab Tränen in den Augen. Ich bin seit halb drei am Kaffeesaufen. Ich weiß es ja selber nicht. Ich bin müde wegen Schule. Was ist das? Kann man das essen? Weiß nicht. Frage ich mich auch manchmal. Dann mach ich eines Morgens auch... Ich lass. Sissi, bist du full live? Wir sind auf dem Mond. Und ich kann sie jetzt schon nicht mehr... Ich will nicht wissen. Du bist gemutet. Wow. Wieso? Ich wollte nur gucken. Du stehst schon wieder AFK rum und machst nichts. Nö. Ich war in der Maschine drin. Ach so. Dann warum warst du... Hey, du warst gemutet. Wahrscheinlich, weil ich mich vergessen hab zu entmuten, als ich gewusstet hab. Ach so, ähm... Warte, warst du full live? Weiß ich nicht. Wie viel Herz hast du noch? Ich hab mal abes verloren. Okay. Oh, Alter. Kannst du es gerne gleich nochmal ausprobieren. Ja, warte, ich stell dir grad das nächste... Ich stell dir jetzt dein Höschen her. Daraus weg. Äh. Kann ich? Ja, 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 ja. Ja. So, was lassen wir denn weitermachen? Äh... Kete. Äh... Genau. Wir wollen ja zur Sonne. Genau. Die Cargo... Die Cargo-Rocket? Da müssen wir uns erst ein Blueprint geben. Ähm... Tarox, was machst du grad? Weiß ich nicht. Ach so. Äh, wie bekommt man den Blueprint, Eik? Gute Frage. Ich brauche mal ganz kurz einen Diablock. Lol. Ist das etwa... Das mit dem Diablock? Ich gucke das gerade nach. Warte kann ich mal gucken. Nachgucken. Dinger Player. Äh... Nasa Workbench, Automatic, Cargo... Ich hab Tier Rocket 2, Mond Buggy, Tier Rocket 3 und Cargo Rocket. Du kriegst dort... Hast du alle Diers schon verbraucht? Nein, aber wenn du den Diablock, ähm, machst, kannst du dir alles freischalten. Ne, ich will nur ein Tier. Hast du schon den, äh, warte... Ich hab alle Raketen. Hm? Ich hab den Diablock eingetauscht. Ach so. Okay, weißt du was das heißt? Ich kann jetzt Tier Rocket 1, Mond Buggy, Tier Rocket 2, Cargo Rocket und Tier Rocket 3 herstellen. Hast du schon, äh... Tarox, hast du schon Advanced Warfare? Hä? Was ist das? Ja, gut. Ja, äh, den ist bei der Cargo Rocket. Da. Da brauchen wir. Ach, warte mal, die Quest sagt, du musst eine... Sehr, sehr dringend. Cargo Rocket... Hä? Bin ich behindert? Tier Rocket 2 oder eine Cargo Rocket herstellen und eintauschen? Ah... Ja, gut. Also mit den Raketen müssen wir uns auf jeden Fall zusammentun. dass es da einen gibt, der die herstellt und... Ich weiß jetzt, wofür die Blöcke sind, die ich herstellen sollte. Äh, für die Luftschleuse, oder? Nein. Ein Bloodprint. Jetzt weiß ich auch, wofür der Bloodprint-Dings da ist. Ach so. Ich weiß zwar nicht, wofür das ist, aber... Das ist ein Protektor. Das ist ein Protektor. Das protektet das hier ran. Das Rezept. Wir wandeln alles... Ja, ja, aber ich frag mich grad, wofür das ist. Alles in Carbon umwandeln? Das ist die Wand. Und warum? Ja, aber wofür die Wand ist, deswegen. Und wofür brauchen wir Carbon? Fusions-Camboy Blueprint, 5x5. Ja. Äh. Für diese Carbon-Bahn. Äh. Da ist irgendwas... Ach nee. Ich. Hab grad schauen bekommen. Nee, ich dachte, ich hätte da was reingelegt, das ist verschwunden, aber das ist mir unten in die Leiste gerutscht. So. Welcome by Blueprints from our Library and Villager. Du machst das... Naja, haha, hier sind keine Villager aktiv auf dem Mond. Außer Pauls. Ja, außer Pauls. Ich bin aber keine wirklichen Villager. Kann man ändern, also... Wir brauchen irgendwas, was massig... Carbon. Yes. Nein, nicht... Nein, wir versuchen ja Diamanten herzustellen. Ach so, äh... Musik Carbon. Was war das? Also, mein PC steht mitten im Wohnzimmer. Also zwischen Wohnzimmer und Küche. Lecker, du hast es nie weit zum Essen. Hm. Ja. Aber dafür hört man Hintergrund. Ja gut, das ist dann... Ja gut, das ist dann... Ein bisschen doof. Deswegen nöt' ich mich... Mich stört das nie, auch selbst wenn das in den Aufnahmen ist, das gehört dazu. Ist doch genauso wie mein Kind das letzte Mal, also... Boah. Keine Ahnung, welche Aufnahme das ist oder sein wird. Aber die hat auch vorhin auch gehustet und das werde ich auch drinnen lassen. Das gehört halt mal dazu. Okay. Und ich habe noch nicht einmal jetzt in den ganzen Folgen Galactic Science, wo man deinen Hintergrund hört, irgendwas rausgeschnitten. Das sind halt alles One-Take-Aufnahmen bei mir. Ja. Weil das schneiden, das geht eben doch schon mal ganz schön auf den Keks. Ja, vor allem wenn ich Kochvideos mache, weil da sind so viele Cuts immer drin, das nervt manchmal. Hm. 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 Hm, 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 hm. Ach ja, Mann. Ich freue mich schon auf morgen. Hm. Hm. Ach, Melvin, wir brauchen ganz, ganz viel Curlstone. Das haben wir da draußen. Ganz, ganz viel. Weißt du, was wir damit machen? Cobblestone. Oh. Hm, was? So. Kommst du mal kurz hoch zu mir? Kann ich machen. Hm. Da. Helm. Wie schön. Ich nehme nur noch Schuhe. Ja, die kommen auch gleich. Ich muss hier nur abbauen. Abbauin. Wie erschien... Je Diplomone. Wie schmeckt das? Wie... Wie? 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 Vielen Dank.